Herzlich willkommen auf meinem Kanal Knigge Reloaded. Ich bin Christine Kosciani-Bongas, Kunsthistorikerin und Historikerin seit über 20 Jahren durch die Inspiration eines Sternekochs Bernhard Diaz, selbstständig tätig als Trainerin, Hochschuldozentin und Coach zu den Themen Image, Menschwirkung und moderne Umgangsformen. Ja, seit Freiherr Adolf Franz Friedrich Ludwig von Knigge im Jahr 1788 dieses Buch hier geschrieben hat, mit dem ich schon viel gearbeitet habe. Ihr könnt sehen, das sieht schon ziemlich lädiert aus. Ja, seit dieser Zeit hat sich natürlich sehr viel geändert und ich bringe euch hier auf meinem Kanal auf den neuesten Stand, was das Thema Umgangsformen, sicheres Auftreten, Wirkung auf jedem Parkett, auf dem ihr euch befindet, betrifft. Also Knigge Reloaded. Ich tue das mit viel Spaß, mit guter Laune, deswegen habe ich hier auch meinen Optimisten dabei und ich freue mich darauf, euch häufig auf meinem Kanal hier Knigge Reloaded begrüßen zu dürfen. Also bis bald, macht's gut!